Für jeden Menschen, dem es nicht so richtig gut geht, ohne dass er vielleicht weiß, warum es ihm nicht so gut geht, halte ich unser Kongressgespräch für interessant und für bereichernd und hoffentlich vielleicht auch sogar für weiterführend. Denn wenn Trauma im Hintergrund wirkt, hat man nicht Zugriff auf sein volles Potenzial, ist man nicht das, was man so gerne wäre, Schöpferwesen, sondern wenn man Trauma im Hintergrund trägt, dann ist das Leben eine Belastung, man hält andere Menschen für gefährlich, man hat ein negatives Selbstbild und das ganze Leben ist überschattet. Und wie man da, warum das so sich anfühlen kann und wie man da rauskommt, das erläutern wir in diesem Gespräch.